Ich bin ready! Guckt mich an! Ich bin soweit! Ihr wisst genau was Sache ist, wenn Auto kommt alles! Ihr wisst wer ich bin! Ihr kennt mich! Ich hab den Kugelwerfer hier, Kim, guckt mich an! Ja, geil! Haha! Weil ich ein Killer bin, eine Killingmaschine bin ich! Okay, also ich bin auf jeden Fall am Start! Wir starten die Runde! Geht los! Du brauchst nichts machen, alles beginnt gleich! Google alle eure Waffen raus! Lot-out! Lot-out raus! Jetzt gehen wir rein, jetzt ist es soweit! Also Pietro, Nord-Osten! Ich flieg mit dir! Ich sag dir, wann wir rausgehen! Irgendjemand ist schon rausgesprungen! Pietro, warte ich komme! Was? Oh nein, alle haben was! Ey Pietro, wieso springst du raus? Pietro, ich bin links neben dir, hab keine Angst! Nee, da ist schon einer gelandet! Ja! Ich bin da! Wie soll ich Fallschirm untermachen? Runter, einfach runter! Komm hier unten, lande hier unten, wo ich bin! Pietro, komm hier! Wo? 150 Meter, hier oben! Ich hol den ab! Pietro, wo rennst du hin? Komm hier runter, siehst du mich? Komm hier runter, Haus, wir gehen hier in das Haus rein, komm mit Papa! Pietro, pass auf, hinter dir, Pietro, dreh dich um, dreh dich um! Junge! Ah! Ah, Pietro, du bist geschlossen! Ihr seid ja ganz woanders! Mann! Mann, 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 Mann! Ja, da war ein Kugelwerfer, hab ich mal gehört! Ja, ich sehe, ich komme! Wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe? Du hast doch keine Waffe! Komm jetzt mal mit! Warte, 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 warte! Ich will auch bei euch sein! Ich muss sehen, ich muss ihn sehen! Wo ist meine Waffe? Wie bin ich, Alter? Komm mit mir! Du hast keine Waffe in der Hand? Komm mit mir, ich hol dir eine Waffe! Hier ist eine Waffe! Spring auf die Mauer, spring auf die Mauer! Komm her! Schlag mir! Hallo! Ich spring doch! Bisschen übel! Du musst auch in Richtung der Mauer springen, Mann! Hier, guck so! Ah! Zeig dir mal die Basics, wie man eine Waffe holt! Sonst können wir nicht hier weit kommen! Ja, pass auf, Pietro, siehst du das Fahrrad hier? Nimm das mal! Nimm mal das Fahrrad! Ich steig aufs Fahrrad auf! So, rauf! Genau! Und jetzt fahr mal! Und hol eine Waffe! Jetzt fahr los! Pietro ist... Ey, ich will, dass Pietro auch unser Führer ist! Pietro hat Hexenschuss! Jawoll, Pietro, sehr gut! Ey, ist geduckt! Gib ihm eine Waffe! Gib ihm mal eine Waffe! Pietro? Kann ich nicht mehr aufstehen? Äh, wie war das? Einmal Kreis drücken, oder? Einmal Kreis drücken! Also, die Basics kann er! Legen und sowas kann er! Auto! Auto, ich höre! Auto! Ne, Heli! Heli! Stream-Schnallpass! Achtung! Stream-Schnallpass! Pietro, komm raus! Wir brauchen deine Power! Deine Pistole! Wack-Praak-Shields, oder was? Er kommt runter, die Drecksau! Halte Wache, Jungs! Kim, der ist vor dem Haus gelandet! Nein, bin down, Mann! Ich hätte ihn fast gehabt, Kim! Kim! Na klar! Kim, du bist doch eine Scheiße! Warum bist du so ein Mensch? Die Königliche Garde! Aber habt ihr gesehen, dass ich keine Angst hatte? Ich mach dir auch keine Sorgen, Junge! Die Drecksau, ich sagte, du bist einfach komm, das Subjekt! Deine E-Dingel-D**ch! Pietro, komm hierher! Wir hauen ab! Mach Wache! Wir sind zu viel Waffen! Komm vorbei, wir nehmen den Kopf! Komm zu mir, es sind zu viele Waffen! Ja, da ist ein Gegner! Wo? Ganz nah! Hä? Wieso ein One-Compter der alle? Man! Ich hätt' ihn fast gehabt! Ich hätt' ihn fast gehabt! Ich hab' ihm Kopfschätz gegeben! Nope! Ihr wisst, dass ich Nummer 1 der Welt war! Aber wie hast du das so schnell gelernt, Knaustik? Äh, fliegt da! Also wenn wir uns jetzt mal ehrlich erinnern, und das hat auch bei ihm ein bisschen gedauert, Peter, das dauert ein paar Tage, bis du da mal zielen kannst und alles, ne? Sag mir, wann ich rausspringen sollt, ja? Also nix drücken erstmal! Jetzt raus! Und zur blauen Markierung! Geh hier rein ins Haus! Pietro, versteck dich irgendwo! Macht euch keinen Kopf, und mir geht's gut! Ich krieg' Schüsse! Holt mich, Jay! Ich halt' Wache! Macht euch keinen Kopf! Hä? Pietro, was ist hier los? Äh, ich schau' nach Gegnern hier! Hallo, meine Verbindung! Ja, du bist wegen Inaktivität, weil du dich nicht bewegt hast! Ja, sagt es doch, Jungs! Ja, sagt es doch, Jungs! Das ist noch nie passiert! Warum immer? Du hast dich einfach nicht bewegt los! Hey, Jungs, sagt es doch! Dann wär' ich doch gelaufen, Mann! Ein, ein wahres Team kriegt ab und da... Achtung, die kommen von allen Seiten, Kipp! Dann lass mich einen töten jetzt! Lass mich einen töten! Ah! Einen nehm' ich mit dir! Aber ich hab's langsam gecheckt! Komm her! Ah! 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 Oh mein Gott! Hab' ich ihn! No! Ganz kurz, nur die Roten auf der Karte sind meine Gegner! Hab' ihn mitgenommen! Petro, deine Mitspieler haben ihren Namen über ihrem Charakter, ne? Über ihrem Kopf! Ja! Alle Gegner haben keine Namen! Also, wenn du Leute siehst, die nicht in deinem Team sind, dann siehst du keine Namen, dann die erschließt du! Okay, aber meine Frage, die ich hab' ist, seh' ich die Gegner auf der Map? Ja! Ja, aber es ist nicht so einfach mit dem Landen! Naja, du musst mit den beiden Pömpels halt gut hin und her, ne? Ihr seht schon, dass das hier alles Hand und Fuß hat und alles! Ich hab' ihn für dich gekillt! Er hat dich zwar mitgenommen, aber hast' gesehen? Sehr gut! Hast' gesehen? Habt ihr das gesehen? Jawohl! Geh in die Häuser rein! Geh da oben in die Häuser rein! Da schießt schon alle auf dich! Versteck' dich! Geh dro' down! Ja, aber wo sind die Gegner, Mann?! Ich komme! Nee, Arsch! Wo sind die denn?! Die schießen... Ich bin doch in meinem Fallschirm, Alter! Ja, das kann ich! Das sind welche aus dem Stream, kannst du ihnen sagen! Die gucken hier zu! Die machen absichtlich so! Ich bin verdammter Killer! Einer's down! Direkt bei dir vor der Hütte! Jetzt geht's gar nicht anders, ne? Ich kann nicht mehr zielen, Alter! Es geht nicht mehr! Lombardi tot! Wo ist Pietro?! Nein, das kann nicht sein! Ich hab' nix gemacht! Hier ist der Entschung gestorben! Bist du nicht rausgesprungen, Pietro? Ihr habt mir nix gesagt! Ja, du siehst doch auch, wenn wir rausspringen! Aber das passt schon! Nächstes Mal sagen wir's ganz konkret! Und wir kaufen nicht gleich wieder zu! Ja, hier ist alles voller Gegner, Alter! Wie soll ich das sagen?! Ey, legt mich doch am Arsch! Ich bin schon tot! Legt mich doch am Arsch mit eurem Modern in the Wargames! War mein Ames gut? Ja, ne? Ihr seid auch deine Freunde! Doch, ich bin da! Was? Ich bin da! Jetzt versteh' ich aber auch, warum du heute nicht so gut drauf bist, Pietro, ne? Wenn man ne Diät macht, dann ist man sonst getrampft! Oh, ja! Oh, ich hab Koraz gewonnen! Das war ne harter Kampf! Er hat richtig gemacht und geschossen! Ich bin der! Ich bin Becken! Ich brauch ne Platte! Ne Karte! Hier, ich geb dir! Hier, hier, hier! Guck, wo wir so sind! Das mach ich nicht! So was mach ich nicht, ne? Ne, das ist, äh... Da kannst du Gegner sehen! Ja, ja, ja! Achso, du meinst das iPad, ne? Was er so rausholt, ne? Terroristen kommen! Guck mal! Guck mal, mit was du läufst! Und du sagst irgendwas von Terrorist! Terrorist! Guck mal hier! Du hast Terrorist Blatt! Ja, ja! Aber labern am besten noch mehr mit deinem Scheiß Terroristen-Scheiß! Bisschen tot, Friedo! Ey, Jay, du bist richtig schlecht! Den musst du headshotten! Spielt der noch, oder nicht? Weiß ich nicht, ich denk mal schon eigentlich! Will Pi schlafen gehen, oder was? Will Pi schlafen gehen? Pi, drüber willst du pennen? Bist er weg? Ne, ist gemutet! Äh, ich hab nen Grafik irgendwas eingestellt! Und alle, die Diät machen, grad nicht den Stream gucken! Da ist jemand, der zeigt, wie man keine Diät macht! Das ist doch bloß Wurst! Hast du grad Bockwurstwasser getrunken? Ja! Na und, das macht ihr doch auch! Ich krieg keine Luft mehr! Da gibt's nur noch eins, was besser ist! Gurkenwasser! Trinkt ihr das nicht? Gurkenwasser auch? Gaming ist mein Gaming-Booster!